Musik 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 Boom, boom 3, 2, 1, 1 Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Rock So, mit dem Meister Mit dem obergeilen Mit dem obergeilen Meister und Gastkommentaren von Mr. Schokoladefist und Redguard Achso und Healy natürlich auch So, wir spielen wieder vernünftig Healy ist hinten, Virus geht drauf Bei mir ist die Sicht Irgendwie Sauber Witze Alter Virus davon möchte ich mehr sehen Genau davon So viel Luck, Alter Was für Noobs Wir haben noch nichts gesehen Vom Gegner und er so Was für Noobs Ich bin hinten Gib mir die Blubberblasen Ich hab kein Tor Kommt! Ja Was für Noobs Was könnt ihr eigentlich? Was für Noobs Guckst du dir an, Alter Was ein Traumtor Er red grad Trocken Sieg Los bei dir Aber gut Auch noch ein Spiel Und red gern mehr Healy, du oder ich? Ich Ja, dann sagt mir immer eure Position an Damit ich nicht fragen muss Weil diese ganze Kommunikation Oh, Kommunikation ey Das ist nicht meins Kommunikation? Oh! Man muss mehr reden Man muss mehr reden Lass ihn einfach abtropfen Leo, Leo, Leo Lass gehen Leo, Leo Kommt mit dich! Kommt mit dich! Kommt mit dich! Ah, da hatte ich zu viel Speed drauf Kommt noch! Kommt! Kommt! Oh nein! Kommt nochmal! Kommt nochmal! Ah Oh, ich war ja Fallen Fallen Kommt mit dich! Oh! Ey, wo ist unser Torwart wenn man ihn mal braucht? Die Josef da ist hinten Normal Neujahr Urlaub Kommt! Ohne Torbohr Oh! Alter wie geil die sind! Wie geil die sind! Warte mal! Wo ist denn das Danke? Wo ist denn das Danke? Sorry und Ohne Torbohr Danke! 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 Ich geh wohl drauf, wa? Kein Problem Genau Buh Der hat den anderen direkt hier mischt Oh, die Arschkrampeh, oder nicht? Oh, schön, schön, schön Die Arschkrampeh Oh, Latte! Nein! Nein! Millimeter! Wo ist er? Na, so ne Sau! Oh! Das Auto zu klein! Ja, mit Spoilers Ich kann schon cooler! Das macht gar keinen Unterschied Das weißt du, ne? Ich weiß nicht! Boah! Kann den jetzt mal einer retten? Jo! Wo fliegt der hin? Warte, ich hol ihn! Jo! 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 Alex! Ja, ich bin Spidercar Das grüne ist das Feld Oh! Alex! Oh nein! Falsche Richtung Das war doch richtig Ne, ja, ja, ne Ne Auch zu So Wie er blubbert neben mir, ne Wie er blubbert Wie er es mich nervt Oh Vor seiner Nase weg gerotzt Jo! Volle Zerstörung Oh fuck you Virusrettung Ich hab nur angetauscht, ne, also Nein, gut, muss Komm her, Ball Ich liege auf der Seite, ich kann nichts mehr machen Ich bin Marienkäfer Kackermachen Ich bin Marienkäfer Weg Ich hab kein Turbo Oh, dieser Pisser Herr Sumsemann-Modus Nein, der kommt wieder zurück Außer die kicken ins Recht Na komm, schießt ihn her Na Oh, ich hab ihn auch nicht gekriegt Die werden uns noch fisten, ich sag's euch Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ich hab rausgespielt Okay, gewolln Okay, setzen wir uns wieder Was setzen wir uns wieder als Ziel? Fünf in Folge Virus, äh, hier, Billy Virus Ja, ja Zurück zu Oder einfach warten, ne Dann kommen die nächsten Gegner Aber wir können auch einfach zurück ins Hauptmenü Nein, Alex, hast du einen Scheiß-Ping? Alex, hast du einen Scheiß-Ping? Oh, Alex hab ich einen Scheiß-Ping Ist ihm egal Egal Ja, Telekom sagt so Nee, Fastpass bieten wir nicht mehr an Sag ich, es war aber auf meiner Leitung Bevor ich hier eingezogen bin Ja, bieten wir nicht mehr an Ja, aber Fastpass gab's eigentlich nie Wir haben nur Leute angelogen Um 15 Euro mehr zu kriegen Nein, nee War das nicht mal 1 Euro pro Monat? So, Virus geht rauf Hilbili bleibt Mitte Ja Uh, Steipers Er ist dabei, Kontakt No Avios, was ist denn das? Ah, da kommen wir in den Locken So, weg damit Ich geh mal mit nach vorne No, Nana Motherfucker 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 You are Motherfucker I will fuck you right in the posse Okay, back So Diese Fotzenknödel, ey Billy Guck mal, der Billy, ne Das ist ein Abwehrspieler, du Oh, oh, oh Der hilft schon wieder so nach vor Ja Oh, weg, rammer Weg, rammer Ja Oh, wunderschön Wunderschön, man patscht Oh Alix Hab ihn Ja Hau ihn jetzt weg, Virus Ey, Virus macht das immer mit Boost Kein Wunder Da war ich nicht rechtzeitig da Ein Millimeter drauf Ja Äh, Virus hat's nicht drauf, weißt du Der hat's nicht drauf Weißt du, mit sowas müssen wir spielen So, ist mir egal, wer von euch drauf geht Ich bin hinten Ja, kommuniziert das, kommuniziert Dann kann der andere sich nämlich mal schon gleich bereit machen Ach, scheiße, mein Na, so ist auch Ja Genau, genau Oh nein, ich dachte ich könnte helfen, ich fahre, oh, kein Torwart da, kein Torwart da Hab ihn Ich vermassel es Ich ramm's halt einfach ein bisschen weg Frei nach dem Motto, so wenn wir nicht gewinnen können, machen wir ihn wenigstens Rasen kaputt Oh, das sind ja Deutschen Nein, der eine, ja Na komm, schießen vor Oh, da komm ich nicht mehr hin Ey, ohne Spaß, wo ist denn unser Behindertator, weil man Androp ist Oh, scheiße, die war das einmal zu gut Oh nein, nein, nein Oh, Alter, 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 Alter Ja, nee, kommt da nicht mehr ran Ey, ohne Spaß, wie kann man den nicht machen, Androp Das ist so einer der Bühne, die war auf dem Weg Der kommt bitte, Leute, der kommt bitte Ach, shit Ja, wer staubt sich das so ab, der Hurensohn Der Hurensohn Hurensohn So, Leute Ich geh drauf Okay Ich bin hier drin Kommt Virus, ein bisschen mehr Einsatz, wenn du siehst, dass der Ball Echt, das ist doch kacke, Virus, du kannst doch nicht einfach im Tor stehen bleiben, Mensch Wenn du siehst, dass der Ball da abtropft und keiner von uns hinkommt Guck mal, du hast da voll die Möglichkeit Oh, da nimmer Oh, Alter, ich hab das 200 Stunden auf der Playstation 4 gespielt Was hat er gemacht wieder, was hat der Virus gemacht? Schweiß vor Nein Nein Ja, du bist doch low Ja Oh, mein Nachbar Was ist dein Akku? Ich hab gesagt, mein Nachbar Nachbar Wichser Hör so einen Schrei, wie so ein Blöder Stört das die? Stört das die? Das sind doch eh nur Asylanten Rassist Rassist Fui, Virus Fui, Virus Hier, Virus, da wäre dein Einsatz gewesen, Mann Torwart heißt nicht, ich schlaf im Tor Er fliegt doch vor Fast nach Nein, hab ich nicht Jetzt du Ja Oh Komm, Ball, Komm, Ball Kann ich mal rein? Nein Ich bin jetzt reingetogen Alter, gegen die spielen wir gleich nochmal, bitte Die machen uns unseren Streak kaputt Da Ach, egal So Ich bin normal Nö, die gehen schon Ach, das geht ja nicht Ach Weil's Matchmaking ist Virus, ey, du versaust uns alles hier Mindestens einen Gruppenmitglied Okay Toll, dürfen wir noch mal Von vorne anfangen Danke, Virus Danke Bitte, bitte Virus, Spasti, Virus Virus, du bist Homos Ich bin hinten Virus geht drauf Hebeli wartet Ja, genau Ihr geht auf Virus drauf Alter Naja, solche Schweine, ne Ihr kleinen Zauber-Muff Dies, ey Kommt, ach Auf den einen warten wir noch Bus Bus Kiuso Ne Oh, das haben wir noch nicht gehabt Replay speichern Ja Hier einer von euch ist noch drinnen Geht aus Echt Virus, bist du so homosexuell Hör auf, ihr zu fressen Ja Geh Geburtstags Chips N Oh, morgan hat er траßen Weh D good Here He Hoor Boah, hab ich den knapp abgefälscht. Das war wirklich gerade nicht schön. Beigeht vor. Okay. Der Hebeli, ne, der Orgasmin-tiert da. Ja, den hab ich scheiß abge- also das war kacke. Alex, die OS mache kacke. Das war so ein Rassistischer. Sprecht! Aber ihr fahrt beide wieder drauf, ey. Ihr passt einfach nicht auf. Chris, jetzt komm endlich ins Spiel, ich muss mit Profis spielen. Echt, Alter? Ich merk's schon. Weißt du, der Hebeli, ne, der Hebeli, das ist ein guter, ne, aber der Virus, ne, der kann ja gar nicht. Scheiße, Alter. So ist das mit Fußball und Süddeutschland, ne? Die können einfach nichts, ne? Hm? Die können einfach nichts. Das ist mit dem Scheiß-Malder-Doh. Oh, was? Wie, den Scheiß-Malder-Doh. Ah! Ah! Das ist mit dem Scheiß-Malder-Doh! Ah! Ah! Ah, das ist auch. Ah! Na toll! Er hat über meinem Kopf den weggeschossen, ne? Nee! Wollt den gerade hin! Was war auch klar? Guck mal, ich wollte ihn gerade retten! Ah! Dämlicher Penner! Geh du drauf! Hm? Mach ich! Äh, Virus, du warst Torwart, du Spacko! Was? Ich dachte, ich war noch so hinten. Alter, wenn das jemand sieht, ob es hinten ist oder nicht, ne? Dann doch der, der im Tor steht. Geht der letzte Mann als Torwart, oder was, hier? Oh! Komm, direkt vors Tor! Na, endlich! Danke, Billy, danke! Na, wenn du Virus nichts mehr auch kriegst! Ja! Aber dem Virus kannst du ja auch ebenso wenig ins Tor stellen! Das ist ja alles Scheiß, was du mit dem Virus machst! Wenn du ihn auf den Ball losschicken willst, dann schieß er mal links-rechtsrand vorbei! Willst du, dass er im Tor steht? Ich... Ich fahr drauf! Hey, Billy, jetzt bin ich doch hinten! Mitte, Mitte, Mitte! Nee! Nein! Ja, wie oft! Ja? Ja, schau! Ich bin hier wieder wieder! Ich bin hier wieder wieder! Hier, komm, vor das Tor! Heli, nicht zusammen fahren. Ja, ja. Oh, 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 Virus. Oh. Kann noch aus dem Haus nochmal. Sehr schön. Alle dran vorbei. Willi, kommt direkt auf dich. Naja, aber toll. Oh, er fliegt schon mit mir. Na, shit. Ich würde immer scheiße, dass er so aufkommt. Oh, nein. Der Pust ist schnell. Jetzt wäre ich jetzt vor. Nein. Ah, jetzt hat er weggekriegt. Uh, uh, uh. Ey, Willi, hast du einen Bust? Ich habe keinen, das ist schon weg. Ja, das ist schon weg. Wir holen uns, wir holen uns, wir holen uns. Ja, ja. Willi, vor. Ey, komm, einer nur bei euch vorne. Jetzt kommt der andere. Oh, geht doch wie du auf den Schreiter. Auf die Räder. Ah, fuck you. F-f-f-f-fuck you, bitch. Oh, nein, oh, nein, oh, nein. Virus, mach die Bride. Hab ich. Oh, der ist vorne. Oh, oh, der kommt fast zu gut. Der kommt fast zu gut. Ja. Sehr schön, sehr schön. Zwei, zwei. Hast du nochmal auf die Richtung gebracht, guck. Ja, Fotzenknebel. So lange habe ich den Tummel hochgerichtet. Oh, 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 oh. So. Bleib hinter mir. Ja. Ich bleib hinter mir. Ja, okay, okay, okay. Virus, jetzt kannst du ihn abfangen. Ja, mach ich. Das ist deine Schade. Hab ich. Time to, time to shine, Virus, time to shine. FC Bayern. Was, FC Bayern? Du musst Ehre für dein Haus bringen. Wer willst denn, Juni da, ne? Der würde ich hauen. Juni. Die alte Bayern-Schwuchtel. Oh, 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 oh. Die alte Bayern-Schwuchtel. Das ist toll, Mann, ey. Bayern ist sogar mit auf deinen Geburtstag? Ja. Alle waren da. Der ist postaggressiv. Sehr schön, Billy. Wenn er was hat? Wenn er was drucken hat, dann wird er doch schon wenig frecher. Acht Sekunden. Ich hätte trotzdem Sex mit ihm gehabt. Jeder hätte Sex mit ihm gehabt. Ja, warst du auf der Franzose. Ich hätte ihn zu meinem Fluffer-Boll. Oh, Schwein gehabt. Virus drauf, Hillbilly hinten. Was macht ihr da vorne? Yoga oder Pilates? Immer noch irgendeine Geeks mit anscheißen. Oh, nein. Oh, nein. Ich bin zu früh raus. Ne, ich hab's versaut. Ich hab's versaut. Ich hab's versaut. Ich geb's so. Guck mal, wie ich da rausdüse. Da. Brand vorbeigejumpt. Toll wie uns. Ich hab's versaut. Ich hab's kaputt gemacht. Äh, wir sind so scheiße. So ein Kack. Und warum spielen wir... Ich wollte gerade fragen, ob im 3-Tage-Markt wieder Wasserschaden war, dass Virus so viele Chips zu Hause hat. Oh, lecker, lecker. Dann muss man schon die Garage wieder. Das kann aber nicht wahr sein, dass wir mit dem Virus nichts reißen, ne? Die Meist-Doch-Allüre sind doch nett. Also, machen wir's anders. Wir machen's jetzt anders. Wir machen's ganz anders. Bidi? Ich bin ganz vorne. Du bist hinten, oder was? Mhm. Nur Virus drauf. Oh, shit. Wegen dem Virus müssten wir eigentlich Low-Level-Gegner haben, ne? Aber irgendwie... Sind selbst die zu stark für ihn. Alter. Das Glück hab ich mit denen gerade gescheit, Alter. Oh, hab weg. Akustik, Billy. Schlägt wieder zu. Atmet der wieder so laut? Nee, er schreit. So. Nooo! Foul! Abweifen! Ach, scheiße! Eig' schisse! Das ist mir auch voll leicht von. jetzt ist es einfach vor. oh wir 3 kaputt machen es. das hat noch alles bestimmt ich bleibe hinter die treffen nicht gut das ist unser glück wird das ein voli tor wird das ein voli tor nein nein zu däuge ja ich hätte nicht treten dürfen also nicht zweimal springen normal wäre da reingegangen fach mein fehler So, ich hab's dann Tiefen gerade in die Glocken. Penner! Oh, 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 oh! Nein, 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 drei rum im Auto! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Meister-Akturl, der sagt immer besser. Oh, konnte ich nicht mehr. Das ist aber auch fies, guck mal. Der Turtle! MC Turtle! Virus hatte nicht mehr die Chance im Mund zu... Witze drauf! Ja. ja wo bleibst du für die Reichter aktiviert Fakt Quack Quack die Lebo ist sehr dunkel geworden während ich gespielt habe was sie ganz am einen Kopf gespielt wird es ist echt welcher Tag ist heute wer von euch war das ihr Fotzenknödel ja Chris es ist 21 uhr 33 aber habe ich mir noch ein paar Eier in der Pfanne ich muss auch noch irgendwann essen was vernünftig ist ich habe mein Essen in einer Gefriertur stehen lassen kann eigentlich nichts mehr essen weil du scheiße Würfel mh du schneiß Würfel Boah, Martin will natürlich blocken. Hey, Billy. Ja, ja. Ich finde ihn nicht gut, wenn du so mit mir sprichst. Schön, Billy. Oh, fuck, Billy. Virus. Ja, ja, ja. Ja, sonne Sau. Oh, scheiße. Nein, der tropft wieder, der tropft wieder vom Tor. Oh, oh, oh. Alter, Schwede. Hey, Billy verliert immer Geld. Kommt, vor das Tor, vor das Tor, vor das Tor. Ja, komm, Alter. Ach, nö. Alter, wärst du da einfach mal gesprungen, Digga. Hat er, ne? Oh, den, 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 den. Oh, oh, oh. Oh, oh, den wär neig, gab den, ey. Alter, warum treff ich denn gerade nichts mehr? Alter. Oh, oh, jetzt rollt er schön hin. Ah, okay, da ist ein Torwart drin. Oh, Mann, wer? Virus. Äh, was ich? Alter, stich voll drin. Oh. Es kann doch nicht sein, dass wir mit Virus nichts gewinnen. Der spielt das doch schon acht Jahre. Ja. Der ist so der große Meister. Wenn ich spiele, Alter, wenn ich spiele, ich mach alle fertig, ey. Ich will jetzt gewinnen, Virus. Können wir ab jetzt beginnen zu gewinnen? Ja, kann mal. Ist das möglich? Ja, ist das möglich? Falls ja, dann sehen wir das im nächsten Video. Virus ist wie ein Klitschko, Alter. Der darf anfangs nicht so reinhauen. Ach so. Schucken die Leute nicht mehr so. Ach so ist das. Okay, im nächsten Video. Wir sind ja, 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 wir